das hatte mir mein arm verkrüppelt also nicht eine leiche vorher egal sowohl genau soll jetzt noch eine gefahr sein ja wir schaffen das aber was sind denn noch welche wir sind auf der brücke anscheinend okay ich sehe schon man kann hier auf die brücke hinaus wo geht es jetzt weiter da ist nämlich ende gelände fehlt ein teil schade ich dachte da komme ich hinauf da ist ein einkaufszentrum werde ich mir mal merken aber jetzt will ich ja noch nicht da hinein ja jetzt gehen wir wirklich richtung norden weil es hat ja so kein sinn ich dachte ich du wärst du hast du den nicht gleich abgeknallt hey das ist ein legendärer wenn siehst du denn bitte gerne das hat ja so kein sinn da ist so ein helikopter abgestürzt ja jetzt aber jetzt wirklich gehen wir nach norden weil es hat einfach keinen sinn ist jetzt auch ein abgeschützt oder ist das der gleiche das sind überhaupt keine leichen egal so den häuser schluchten diese sehr extrem weil ich kann ja halt nicht auf diese brücke rauf ich habe ein legendäre nach einfach bekommen also wieder 62 die andere weiß gar nicht mehr wie die heißt da 42 was haben wir hier kessler ja gut habe ich jetzt so entdeckt aber ich will ja waren das hin apropos wie weit ist es denn noch weit kann es eigentlich nicht sein was war das ich sag's euch geht es zu das heißt ja keine chance auf treffer sind 95 nicht gut genug ach so ich habe keine ap machen wir uns auf dem weg und der rüstung ja wie komme ich da wieder hinauf häuser sind so extrem nervig drogenversteck dass sich jemand etwas eingeworfen die hauen sich da extrem viele drogen hinein so ich muss das nein bin ich also habe ich glaube ich alles erstmal beinahe abgehakt und hier müssten eigentlich die sein die mich vorher gesehen haben es mich jetzt ganz verarschen sollte jedoch einer sein jetzt bin ich herunter, ich spero egal also diesen zu diesen schiff möchte ich dann schon mal schauen was das ist hat zuerst mal jetzt dieser siedlung warum bekomme ich so viel red soll ich vielleicht radix einnehmen da ist ein ziedler ok klar ich kümmere mich drum moment ist das überhaupt das ja ja ok ich bin halt wirklich klar rekrutierungsbüro der nationalgarde schätze die werden das nicht mehr brauchen legendäre wilde gull plünderer der hat jetzt kein fuß mehr mit Das ist Experte, das schaffe ich nicht. Schade, dass ich es nicht knacken kann. Stuhlgewehr. Warte. Schachtelzigaretten. Die verschollene Patrouille. Untersuche den Kampfschauplatz. Okay. Ritter Estens Holoband und Holomarke. Oh, warum nicht? Was haben wir hier? Notrufsender. Ah. Loser. Die Schrauben. Ich mache das vor allem. Auf der Bühne.